Fluchschatze! Rottus! Hier auch schön, wie ihr seht, wie ihr ihn damit vermöbelt. Komm! Das hat ihm schon Angst gemacht, jetzt hält er sich so ein bisschen zurück, weil er genau weiß, jetzt will er halt auch Gegner. Ja, und Rottus kennt da gar nichts, er geht da rein und schlägt zu, ohne Gnade. Warten zu starte, außen zu gerichtet, und bis zum Nordsee, hab ich gesagt! Und ein bisschen mehr in die Arena zurück. Deswegen! Oh! Oh! Wir sind nicht auf! Thank you not!